Ja, liebe Feuerwerksfreunde, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar testen wir heute mal den Mega-Verbund von Tosh Pyro. Der hat 111 Schuss und das Besondere hierbei ist das Finale. Das ist diese Batterie, das ist eine richtig schöne 36 Schuss Salud-Batterie, die diese Saluds wirklich in 3-4 Sekunden eben raushaut. Und ja, das Ding sollte auf jeden Fall ordentlich Lärm machen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Zündung. Und dann hoffe ich, dass das Teil genauso gut wird wie in dem Video. Ah, sieht man gut. Ja, sieht man gut, doch. Das kann man jetzt nicht machen. Das passt, ja. Das geht ja. Das ist schon gar nicht. Ja, das geht. Spannende Musik Kommt noch! Wer kommt noch? Tyler kommt noch! Untertitelung des ZDF, 2020